über die testseite trend habe ich ein neues produkt zum testen bekommen und zwar geht es hier um wonder water von der firma l'oreal das wonder water verspricht in kürzester zeit nämlich in acht sekunden dafür zu sorgen dass die haare schön gepflegt aussehen mit dabei ist einmal diese anleitung ist ja auch was grundsätzlich in der packung enthalten ist und einmal eine tiefen spülung für intensive reparatur habe ich ein paar proben dann haben wir hier ein serum für langes widerspenstiges haar das wendet man an indem man vor dem bürsten und föhnen ein bis zwei pump stöße in feuchten haar verteilt und letztendlich das eigentliche wonder water mit glossing effekt für glänzendes haar und hier ist die anwendung sanft unter der dusche auf die nassen haarlängen auftragen acht sekunden einmassieren gut ausspülen und dabei kontakte mit den augen vermeiden was auch noch dabei ist diese promotion flyer hier bekommt man 20 prozent rabatt bei amazon dafür könnte man entweder hier diesen qr code einscannen scharf oder aber einfach wie ich das verstehe bei der bestellung das wort want water 20 eingeben wie die auswirkungen werden tatsächlich für das haar sind werde ich dann noch mal berichten vor allem nachdem die mädels bei uns im haus das ganze einmal durchgetestet haben wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich über ein baum hoch ein abo meines kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast vergisst nicht die glocke